guten morgen und sonnige grüße aus dem schönsten bundesland deutschlands heute haben wir besuch auf die baustelle und zwar der estrich leger ist da jetzt nämlich ganz schön am wühlen den keller hat er schon fertig und jetzt macht er den wintergarten den zeige ich euch gleich ja da ist er unser estrich leger scheint als macht er gerade pause der hat sich vorgenommen den wintergarten ist was schöner zu machen heute oder einmal unter beton und dann kannst du auch weiter gehen jetzt hat er sein estrich verteilt und zieht ihn schön im richtschein ab da sehen wir die jungs am mischer der befüllt gerade seine vollwaschautomaten wo man den estrich anmischen wie gut dass es heutzutage technik gibt früher haben sie das alles mit der hand reingeschaufelt aber jetzt lässt er es auch nicht durchführen und dann wird er über den schlauch zum jeweiligen ort gepumpt so jetzt aber auch genug von anderen gewerken einmal wollte ich euch den ausblick zeigen den wir fast jeden tag haben und das bei dem wetter dann ist ein traum ja leute das war's für heute ich würde sagen wenn wir nicht gestorben sind dann arbeiten wir noch morgen in diesem sinne bis dahin ciao ciao ich